So, the wildest POV unit from 2021. Back to Red Bull. Perfekt. Alles klar. Spätestens da wäre ich schon wieder raus. Junge, what the f***? Okay, er hat einen Fallschirm. Ich dachte gerade schon... Hä? Das Motorrad hat auch einen Fallschirm? Das Motorrad hat einfach auch einen Fallschirm! Was machen die? Hä? Alle auf die Bikes und dann... Digga, Wingsuits sind so krank, man. Wingsuits sind so unglaublich insane krank. Yo, Digga! Ey, das ist schon geile Aufnahmen wieder, ne? Wirklich. Da war ich in Polyamu. Äh, Cliffdiving. Auf dem Haus war ich sogar drauf. Krank. Krank. Ja, so habe ich auch so kranken Respekt vor so Mountainbikern, ne? Alter. Das ist der verrückteste Clip. Das ist der verrückteste Clip von allen. Habt ihr das mitbekommen, was der Typ gemacht hat? Der fliegt mit dem Flugzeug durch einen Tunnel. Ein Fehler, das war's. Ja! Krank. Ist verstoppen, ne? Digga, der lädt wirklich in GTA, Alter. Alter, er ist einfach einmal durch. Ey, das habe ich ja auch gemacht in dem Eiskanal vor so zweieinhalb, drei Jahren an dieser ProSieben-Show. Das ist so stressig, Mann. Das ist so schwer, mit so einem Boot einfach Schnee-Kajaken zu machen. Boah, da freue ich mich am Wochenende auch drauf. Also nicht, dass ich das könnte, aber anderen Leuten dabei zuzugucken halt im Schnee. Ey, wie hoch die immer sind, ne? Yo, okay. Ey, Wintersport so krank, oder? Ey, wie eng das da ist. Wie eng das da ist. Wohin, Junge? Oh mein Gott, was? Digga! Zu krank, wirklich zu krank einfach. Das ist ja das gefährlichste der Welt hier. Das ist auch so verrückt an den Pyramiden von Gizell. Guck mal, Leute, der ist so vielleicht drei, vier Meter davon weg. Ein Fehler, eine Windumwirbelung vorbei. Junge, 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 crazy geiles Video an der Stelle. Und falls ihr Bock habt, meine Freunde, ich nehme das jetzt hier einfach ins Überleitung. Ich wurde heute nett darum gefragt, deshalb mache ich es ganz kurz. Wenn ihr Bock habt, gemeinsam für und mit Red Bull zu arbeiten, Red Bull sucht gerade jemand in München fürs Influencer-Marketing im Bereich Gaming. Das heißt, wenn ihr studiert habt, aus München kommt und Bock auf ein Praktikum habt bei Red Bull, Leute von Twitch, TikTok kennt, die ganze Bubble versteht und das hier alles für euch was sein sollte. Checkt mal gerne hier den Link aus, ich poste das einmal ganz kurz in den Chat. Da könnt ihr euch gerne mal bewerben. Lisa und Co. suchen Unterstützung in München, würden sich sehr über helfende Hände freuen. Und ich kann es nur so weitergeben, sehr, sehr liebe Menschen da, sehr, sehr coole Menschen. Macht auf jeden Fall Spaß, in denen zu arbeiten. Vielleicht habt ihr sogar Pesch und Seid mich das eine oder andere Mal da. Red Bull auf jeden Fall ein Poggers Arbeitsplatz. Highly recommend, wenn ihr aus der Ecke kommt. Bewerbt euch doch einfach mal, Link ist im Chat, meine Freunde. Garüße geht gar raus.